Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Wir haben los. Wir werden jetzt los hinter uns lassen, nachdem wir endlich die Lage eingenommen hatten. Es gab ja die ein oder andere Schwierigkeit und reisen dann jetzt nach Malus. Plus 8 Feuerschaden. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Das habe ich hier irgendwie benutzt. Was war das? Die Geschichte vorne kommen, kommen die Geschichte voran. Ich bring das jetzt nur auf Stufe 3. Ich guck noch mal nach Malum. Ausrüstung. Was habe ich denn? Ich habe eine Stufe 14. Krass. 54. Schaden. Sogar 3. 10. Ach, ist das verrückt. Ich sollte hier viel öfter reinschauen. Ich habe eine viel bessere Ausrüstung. Da. Ist weg, ist weg. 7% Atentatsschaden. Plus 7% Atentatsschaden. Nein, dann nehme ich lieber die Sprechere. Kannst du deine Wochendauer so schnell? Nein. Ja, 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 ja. Ich lasse dich in Frieden und du lässt mich in Frieden. Brabes Pferd. 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 Okay. Was war denn schon wieder für eine... Okay, ich finde später die Schlacht statt. Danke. Und wir klettern mal wieder Steine hoch. Ein Manditenlager. Okay. Du drehst hier vorne deine Runde. Der guckt bestimmt in meine Richtung. Ja. Der hat ein letztes Bad genommen. Herakle... Äh... Leer. Ja. Ach, verdammt! Ich brauche Hilfe! Ich kann auch noch mit in seine Klinge rein. Ich bin aber auch wieder alles auseinander. Ja. Oops. Oh. Oh. So. Oh. Ein Schatz. Gibt es hier noch zu kündern? Wenn ich ein Schatz wäre, wo würde ich mich verstecken? Da unten. Hä? Das ist irgendwo eine Höhle. Das ist irgendwo eine Höhle. Ganz versteckt. Gut. Da ist er ja. Ah. Genau. Also. Oh. 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 Butchernegut. Ich will doch gar nicht meditieren. Bisschen Schmied in der Nähe. Ich muss unbedingt zum Schmieden. Natürlich nicht. Kein Schmied da, wenn man ihn braucht. Komm, ich hab was. Militärlager im Wald. Kommt der Berg angelaufen? Nein. Ekarus? Tue deine Pflicht. Mhm, mhm, mhm. Ich glaub, das waren sie alle. War was? Mh, ich hab was. Aber was? Zettel! 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 Loh! Los, los! Heute stimmt's, du. Seh du! Ich frage es mal, für wen von uns? So. Dann stört sich nicht mehr, dass du brennst. So. Ich bediene mich mal, ihr braucht das hier alles nicht mehr. Einmal. Einmal. Und zweimal. So. Davor versteckt sich jemand aus dem Kult. Ich glaube, ich sehe ihn nicht, dass er da sitzt. Ich wollte ihn mal vom Gegenteil überzeugen. Ich habe immer die Zähne zu Klump. es regnet und die sonne scheint regenbogen gibt Alpha GLED ich hätte eine hülle zu sein ist der bär gerade an ihr vorbei gelaufen ja ja ich beschädige gleich den tod ich habe mal eben noch eine andere sorge voll treffer hui Das Honigwarben? Ja. Sprat! Was ist denn weiß? Neue Ausrüstung. Ich schau mal in die Höhle hier rein. Ich muss hier unbedingt reingehen. Oh, wir haben eine Xerxesbucht schon fast abgeschlossen. Okay, du. Ne, gehen wir später hin. Wir konnten noch die Bucht der Pantora. Dann widmen wir uns erstmal wieder der Hauptstory. Wir machen uns auf dem Weg nach Athen. Wir machen uns auf dem Weg nach Athen. Wir machen uns auf dem Weg nach Athen. Oh, noch ein Bär. Ruinen von Athenis. Tempel der Göttin mit den Goldbogen. Na dann. Und entdeckte Anführer. Oh. Erkunden wir doch mal die Ruinen. Da wurde auch schon wieder ein Bär herum. Oh. Oh. Ach. Der ist auch nicht gut. Der ist auch nicht gut. ja komm nein nein ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne reicht's mir so antike tafel finden schatz ist geplündert die karos suchen wir mal die da oben tempel der göttin abgeschlossen ich würde erst mal hier runter gehen das sagt komisch aus einmal in den wald hinein das ist nicht mein kampf einmal entdeckt die karte gucken in leimann gibt es doch bestimmt ein schmied leimann ist das ist eine festung ok der koppeljäger scheint gleich weg zu sein oh gott ist es passiert was so geht es natürlich auch ich werde meinen fuß mal aus dem video nehmen ich bin der feuerteufel ich habe eigentlich kopf die haben mehr mit dem bär zu knabbern ich glaube das war's ich glaube das war's riesiges lager das war's Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, 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 weg, 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 beweg dich doch. Da ist auch einer, die markiert ist. Wie hat man hier seine Ruhe? Nee. Okay. 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 Ich will euren Brand fallen. Ah! 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 Ah, zwei. Ah! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sollte ich mich erstmal wieder zurückziehen Sollte ich mich erstmal wieder zurückziehen So Oh Oh, ich bringe auf Ich auch Ich auch So 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 hier oh so da ist noch einer zwei drei sie macht so einiger sie wir haben sie Scheiße, wo steckst du? Er ist hier. Jetzt, du bereitst mich. Jetzt, du bereitst mich. Ich warte einen Leichenhaufen hier. Jetzt sind die beiden da unten. Was? Was ist das für ein aggressives Huhn? Was ist toll? Was ist das für ein aggressives Huhn? Was ist hinterwäldlerisch hier mit den Holzhütten? Ich finde es aber gerade eine angenehme Abwechslung. Was ist das für ein aggressives Huhn? 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 Nein. Was ist das für ein aggressives Huhn. Wasa ist das für ein aggressives Huhn? mal ist ich bin an ich musste mal aus dem lager verschwinden du findest mich an der spitze eines fischersperres aus inseln der bucht der panthora ich will nicht am haus zu sein griechische sandalen ja 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 da vorne müsste noch drin sein besuchen wir noch ja 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 Oh! Kann ich dich noch beziehen, bevor der Große mich merkt? Es ging zum Ende überraschend schnell! Dann nähern wir uns nochmal der Bucht. Dann nähern wir uns. Oh, oh, oh. Anhänger des Kriegsgotts. Vier Soldaten. Nein, nein. Feuer. Mist. Malakar. Geh aus. 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 jetzt an der Bucht der Pandora. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge werden wir uns weiter in der Bucht der Pandora umschauen und uns dann auf den Weg nach Atlantis machen. Bis dann. Tschüss!